Teil 61 Den restlichen Tag und Abend verbrachten sie gemeinsam. Harry erzählte nochmal die lange Version, wo er überall nach dem Mörder gesucht hatte und was ihm dabei alles passiert war. Draco lauschte ihm die ganze Zeit, da sich nach dem Essen eine wunderbare, bleierne Schläfrigkeit in ihm ausgebreitet. In ihm ausgebreitet hatte und er Harry im Verdacht hatte, dass sie ihm entsprechend etwas, das ihn beruhigte, ins Trinken gekippt hatte. Zum Abendessen gab es selbstgemachte, beziehungsweise hauselfengemachte Pommes und Burger, welches was Draco ein Lächeln entlockte. Sie aßen sie vor dem Kamin auf dem Sofa und danach schriek Harry. Er hatte fast zwei Stunden lang durcherzählt und Draco fragte sich, ob ihm nicht langsam die Zunge wehtun müsse. »Master Potter, Sir«, wurde Draco bei seinen Überlegungen zu Harrys, sicherlich schmerzhaften Kiefern unterbrochen. Lacey trat leise an das Sofa heran und trug einen ganzen Berg an Briefen und Pergamentrollen. »Post für Master Potter«. Sofort nahm Harry ihr die ganzen Briefe ab und platzierte sie auf dem Couchtisch vor ihm. »Was ist das?« fragte Draco neugierig und musterte den Stapel. »Rate«, gab Harry nur zurück und hielt Draco eine rosa Pergamentrolle entgegen, welche mit roten Herzen verziert war. »Fanpost«. Ruckartig, bevor Harry seine Hand zurückziehen konnte, zog Draco Harry die Rolle zwischen den Fingern hervor und öffnete sie. In einer sehr sorgfältig geschriebenen Handschrift stand da, »Lieber Mr. Potter«, »Oh Gott, das ist richtig gut. »Ich heiße Lindsay und bin 13 Jahre alt. Ich habe in der Zeitung gelesen, was sie getan haben. Ich finde das sehr mutig, denn der Dra...«, da steht echt Drago. »Muffloy steht da.« »Denn der Drago Muffloy war ja mal ziemlich gemein zu ihnen, aber ich denke, dass sie das Richtige gemacht haben.« Weiter kam Draco nicht, da Harry, welcher mitgelesen hatte, neben ihm kicherte, Drago Muffloy tippte. Seine Hand blitt von dem Pergament und legte sich auf Dracos Unterarm. Kurz blickte Drago Harrys Hand auf seinen bloßen Arm an, dann überflog er den restlichen Brief. »Sie will dich heiraten«, schloss er dann und sah zu Harry hoch. »Oh, das wollen sie eigentlich alle, jeglichen Alters und jeglichen Geschlechts. Denen ist klar, dass du mit der Kröte zusammen bist, warst?«, korrigierte Drago sich dann rasch selber. Ein kurzer Schatten huschte über Drakos Gesicht, dann strich er Drago sanft über den Unterarm und nahm sich einen weiteren Brief. »Sie denken, dass sie besser zu mir passen.« Drago schnaubte entrüstet. »Muss ich mehr Sorgen machen?« Nun lachte Harry wieder laut auf und drehte sich zu Drago zurück. »Aber ja doch, Drago. Gegen die 13-jährige Ashley hast du sehr schlechte Chancen.« Auch wenn sie sich gerade nun neckten, spürte Drago doch, dass ihm eine leichte Last von den Schultern genommen wurde. Wenigstens würde Harry ihn nicht für eine 13-Jährige sitzen lassen. War doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. »Soll ich den ganzen Kram verbrennen?«, fragte Harry, der Drakos Schweigen wohl falsch interpretierte. Drakos schüttelte den Kopf, schnappte sich den nächsten Brief und begann ihn zu lesen. Kurze Zeit später kicherten sie beide, wie Teenager, über die teilweise sehr plastisch, ausformulierten Briefe, mit den noch sehr viel plastischeren Geschenken darin. Am Ende hatten sie eine Schachtel Pralinen, zwei Unterhöschen, eines davon schon mal getragen und eine Rose, welche niemals verwelken würde. »Ja.« »Wenn sie mir wenigstens Sachen schicken würden, die ich brauchen kann, Socken zum Beispiel,« maulte Harry und schnippte den Stringtanga ins Feuer. Schon wieder musste Draco leise lachen, dann lehnte er sich zurück. Kurz zögerte er, dann ließ er sich gegen Harrys Schulter sinken. Sofort spürte er, wie Harry sich leicht verkrampfte und kurz fürchtete er, dass Harry ihn von sich schieben würde, aber nichts dergleichen geschah. Fast schon schüchtern legte Harry eine Hand auf Drakos Nacken und strich ihm sanft über die Haut. »Wie geht es dir?«, fragte er dann nach einigen Augenblicken. »Satt«, sagte Draco, nachdem er fast eine Minute über die Antwort gegrübelt hatte. Aber es betraf seinen Zustand am besten. Aber es betraf seinen Zustand am besten. Er war satt, ihm war mollig warm und er fühlte sich so sehr geborgen, dass es fast schon wieder eine Welle Übelkeit in ihm auslöste. Neben ihm lag Jumenta und wärmte ihm sein Bein. Auf der anderen Seite saß Harry, der nun wieder sanft über seinen Nacken strich. Aufwachend tat er in seinem Bett. Harry hatte sich sein Schreibtisch heraufbeschworen und arbeitete daran, während ihm die Sonne in den Nacken schien. Gestern Abend war er einfach eingeschlafen. Nur noch schäbenhaft konnte er sich daran erinnern, dass Harry ihn geweckt und ins Bett geschafft hatte. »Morgen«, sagte Draco und richtete sich auf. Harry sah von seiner Akte hoch und lächelte ihm zu. »Guten Morgen. Frühstück steht schon bereit. Ich wollte dich eh gleich wecken.« Zusammen saßen sie beieinander, frühstückend schweigend, bis Lacey die Zeitung brachte. Zwei Stück, wie Draco wohlwollend bemerkte. Natürlich brachte seine Hauselfe zuerst den Propheten und Harry warf einen Blick darauf. Keinen Augenblick später zerriss er Draco seine Zeitung aus der Hand. »Nicht!« Augenblicklich verspannte Draco sich, als er den Befehl in Harrys Stimme hörte. Er biss die Zähne zusammen, als er schon die Hände sinken lassen wollte. »Wage es nicht!« schnauzte er Harry an. »Gib sie mir! Sofort!« Auch Harry schien zu bemerken, dass er mal wieder seine Position ausgenutzt hatte. Draco sah, wie er mit sich selber rang. Dann streckte er Draco die Zeitung hin, nahm seine eigene und seine Augen huschten über den Text. Innerlich wappnete Draco sich. Aber was konnte schon so schlimm sein, dass Harry es ihm verbot? Da gab es eigentlich nur eine Sache. Harry Potter ist Draco Malfoys Herr. Unter dieser Überschrift war ein Foto angebracht. Draco runzelte die Stirn und besaß sich genauer. Es war ziemlich dunkel und erst als sich etwas auf dem Bild bewegte, erkannte er zwei Gestalten. Es waren zweifellos er und Harry und als sich Draco den Hintergrund genauer betrachtete, dann wusste er auch, wo es aufgenommen worden war. Auf der Gefängnisinsel Azkaban. Als Harry ihn abgeholt hatte und ihm dann, auf halber Strecke zwischen Tor und Apparierpunkt gesagt hatte, dass Draco nun frei war. Draco hatte nicht mehr an sich halten können und sich an Harry geklammert. Gestern berichteten wir ihnen, wie Harry Potter den verurteilten Draco Malfoy davor bewahrte, wegen falschen Anschuldigungen nach Azkaban gebracht zu werden. Auf unser erneutes Nachfragen hin, bestätigte das Ministerium noch einmal, dass Tom Roman der wahre Täter ist und es diesmal keinen Zweifel an dessen Schuld gäbe. Doch nun gibt es neue Erkenntnisse über den Sieger, über den, dessen Namen nicht genannt werden darf und dem ehemaligen Todesser. Harry Potter ist der Herr von der Villa Draco Malfoy. Aus sicheren Quellen wurde uns zugetragen, dass sich Potter von Ginny Weasley seiner langjährigen Freundin getrennt hat. Weiterhin berichtet die Quelle, dass Potter seine Freizeit in Malfoy Männer verbringt, dem Landsitz der Familie Malfoy. Zudem tauchten nun Fotos auf, auf welchem Potter und Malfoy auf einem Pariser Quidditch-Feld zu sehen sind. Bild auf Seite 2 Draco Malfoy ist nun in Harry Potter gebunden, sagte der Heiler für magische und halbmagische Geschöpfe des St. Mungos. Da Malfoy das Villa-Band nähere Erklärung auf Seite 4 nicht mehr trägt, hat ihn Potter wohl an seiner Seite anerkannt und ihn nicht verstoßen. Ist der Urlaub in Paris, also die verfrühte Flitterwochen anzusehen? Ein Kollege, welcher Potter sehr nahe steht, sagte dazu, Harry war in letzter Zeit ziemlich neben der Spur. Und wenn er nun eine Villa hat, dann wundert mich sein Verhalten nicht. Die Frage, die sich allerdings nun stellt, ist, inwiefern Malfoy seine Villa-Magie, eine stablose Magie, welche diese Geschöpfe immer einsetzen können, gegen Malfoy verwendet hat. Inwiefern hat Malfoy Potter bezirzt? Inwiefern war es Potters Entscheidung, sich mit Malfoy einzulassen? Der Autor von Herr und Villa, welcher anonym bleiben will, sagte, es kann gut sein, dass Malfoy Potter für sich gewonnen hat, indem er ihm den Verstand vernebelt hat. Das kommt immer mal wieder bei den Villas vor. Und selbst wenn Potter noch bei Verstand ist, dann sollte er dringend dazu übergehen, seiner Villa Manieren beizubringen. Es gibt viele Methoden, um sie gefügsam zu machen und das ihnen auszutreiben, dass sie ihre Magie gegen ihren Herrn einsetzen. Was es nun für Harry Potter bedeutet, eine Villa zu haben und Informationen zu diesen magischen Halbwesen, finden Sie auf Seite 2. Unsicher suchte Draco Harrys Blick, welcher schon wieder dabei war, sich sein Brötchen zu belegen, aber er schien selber aufgewühlt zu sein, was Draco deutlich an der Ader auf Harrys Stirn erkannte. Und jetzt? fragte Draco nach. Jetzt frühstücken wir und dann werden wir eine Runde spazieren gehen. Du brauchst mal wieder ein wenig frische Luft. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast, murrte Draco und tippte mit dem Finger auf die Überschrift. Aber ja doch, sollen wir jetzt rumheulen? Das Einzige, das ich mache, ist das Käseblatt wieder abzubestellen. Ich brauche nicht zu lesen, wie ich dich angeblich zu Recht oder zu Unrecht grün und blau schlage. Denn das wird als nächstes kommen. So viel Weitblick hatte Draco Harry gar nicht zugetraut. Okay, das war auch schon das Ende von Teil 61. Wie gesagt, der war jetzt ein bisschen kürzer, der Teil. Dann komme ich mir wieder hinterher, das zu schneiden.